Hallo, ich bin Christian und das ist Moritz. Und in diesem Clip möchten wir gerne erklären, wie wir Wartung und Zugänglichkeit am neuen Lexion verbessern konnten. Durch das Zugangskonzept am neuen Lexion sind alle zu wartenden Bauteile schnell und sicher zu erreichen. Alle Lexion-Modelle sind serienmäßig mit einem Mecooling ausgestattet, was den Wartungsintervall des Luftfilters deutlich verlängert. Der Dieseltank und der AdBlue-Tank sind so angeordnet, dass sie sich bequem von einer Seite aus befüllen lassen. Durch das Aufstellen des Geländers an der Motorraumabdeckung ist ein schnelles, bequemes und sicheres Einsteigen in den Korntank gewährleistet. Wesentlich verbessert wurde auch die Zugänglichkeit aller Riemenspanner. Durch eine einheitliche Bauform ist es nun möglich, alle Riemen mit nur einer Schlüsselgröße zu spannen. Die Entleerung der Steinfangmulde ist ebenfalls deutlich komfortabler geworden. Durch das Ziehen eines Handhebels wird die Klappe geöffnet und durch eine Entleerungshilfe werden Steine und Verunreinigungen über eine Rutsche herausgeleitet.